Im Alter von sechs Monaten schläft Abby ohne Hilfe ein, wenn sie auf dem Boden liegt. Ihre Eltern müssen sie nicht schaukeln, bis sie einschläft, weil ihr Vestibularsystem, das für Gleichgewichtssinn und Raumorientierung zuständig ist, noch nicht voll entwickelt ist. Das sanfte Wiegen in Mamas Armen ähnelt den Bewegungen im Mutterleib, aber rhythmisches Schaukeln ist etwas ganz anderes und erfüllt keinen erkennbaren Zweck. Abby nutzt zum Einschlafen ihren Finger oder Daumen als Schnuller. Damit hat sie schon in der 14. oder 15. Schwangerschaftswoche angefangen. Der Saugreflex wird sich legen, wenn sie etwa drei Jahre alt ist, aber sie wird schon viel früher damit aufhören, ihn zum Einschlafen zu benötigen. Wenn das Baby ruhig, aber noch wach ist, ist das der richtige Moment, es in sein Bettchen zu legen und dort allein einschlafen zu lassen. Eigenständige Schlafgewohnheiten gehören zu den wichtigsten Fähigkeiten, die ein Baby lernen sollte.